Liebe Menschen von MehrDemokratie, ich bin ungeheuer glücklich, dass es euch gibt und dass ihr diese Arbeit schon seit 25 Jahren macht und die ihr auf eine Art macht, die ich ganz wunderbar finde und die ich selber so nie machen möchte. Ich wünsche euch, dass ihr weiterhin so erfolgreich für die Selbstbestimmung der Menschen arbeitet, auf eure ganz eigene Art und hoffe, dass wir zusammen es unter Umständen auch noch erleben werden, dass es endlich mal Wirklichkeit wird, dass wir die bundesweite Volksabstimmung in naher Zukunft erhalten. Alles Liebe.